Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, dies ist mein neues Mock und vorab, das ist jetzt noch kein Sprachvideo, sondern das ist jetzt hier, was ich, also das Mock hier wird meine erste Slideshow. Das heißt, hier werden gleich, nachdem ich meine paar Vorworte, die ich diesmal machen wollte, gesagt habe, wird dann hier halt die Slideshow kommen. Und ja, ich wollte euch halt nur sagen, dass das meine erste Slideshow ist. Das heißt, ihr braucht jetzt keine super Slideshow erwarten, das Mock ist auch eh nicht so groß. Ja, und ich versuche mich halt zu bessern. Ihr könnt ja mal schreiben, wie dann die Slideshow wird. Und ja, was ich noch zur Story sagen wollte, das wird jetzt erstmal das letzte Mock von der Order 66 sein. Und ja, der Jedi hier, den ihr hier seht, versucht jetzt halt in eine Klonenbasis einzudringen, oder Klonenkomplex, um da halt ein Schiff zu stehlen und dann halt abzuhauen. Ja, das war jetzt einfach so das, was ich mir jetzt auch überlegt habe. Und ich hoffe, euch hat die Mock-Reihe gefallen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches von den drei Mocks das Beste war. Also halt das mit dem Bauern, ja, ich sag mal Bauern- oder Schrotthändlerhaus, der Bach oder das hier. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und ja, das waren jetzt die Vorworte und ich würde sagen, bis jetzt könnt ihr euch die Slideshow ansehen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.